hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnite creative hier mit jaffel wir machen hier eins gegen eins auf verschiedenen maps ich komme mal hier auf turtle fights vorgeschlagen wird das ist wenn man das warte ich starte kurz spiel ja genau guck das wollte ich bauen das wollte ich bauen ja das ist danach können wir ja noch mal die anderen teile ausprobieren zum beispiel diese sniper battles hallo ja nur mit metall bauen das ist genau die welt ich wollte ich wollte leute danach werden wir noch auf meiner map und auf dieser sniper welt da war ja auch so und so eine sniper welt wenn wir danach halt auch spielen man kann sich ja immer wieder heilen wir spielen jetzt eine runde so dann werden wir noch eine runde dinge spielen eine runde sniper dann noch einer auf meiner welt weil deine gut ja nicht ich bin nicht eingebaut ich laufe rum das macht halt mit vier leuten da ist es um diese zeit also nach einer minute ist hier schon die ganze map voll voll getörteln da muss man dann sich da muss man dann immer sachen abbauen weil da ist überall eine schräge und so ja ich wollte das genau gleiche machen einfach in größe ich finde es halt ein bisschen zu niedrig 1 eine stufe höher wäre schon gar nicht so schlecht wo bist du ich hatte das halt wenn man am zaun ist dann kann man den anderen gar nicht sehen also dann guckt dann eben mal voll gegen den zaun ja ich war low 1 1 ich weiß eigentlich wollte so ein anderer typ um vier um drei uhr mit mir eins gegen eins spielen und dann ist der jetzt immer noch nicht online den habe ich nicht gekommen sehen aber was gebe ich dir jetzt ich komme nicht durch du kannst nicht durchgehen du kannst es einfach nicht durchgehen ja ich weiß ich habe mir gerade gedacht scheiße wir haben aber zu zweit eigentlich weil wir sind ja übelst harte bauern und wir bauen ja eigentlich die gar fast die ganze runde nur mal 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 um mal 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 ja ich weiß ich habe gesehen bestand ist da so hilflos da und das ist aber bei mir auch öfter dieser bug aber das sieht man auch da guck ich dann so voll bescheuert jetzt ist hier schon einiges vollgebaut du hast mich gegen das bounce pad gebaut was die wand geworden auf einmal bin ich im baum Ah, du dachtest, ich kämpfe ein bisschen verschließen, ne? Ich ja. Aaaaaah! Nein, du Lassen! Ey, das, ey, die Map macht voll, wenn man stirbt, steht immer Salty Springs. Ja, ich weiß. Ey, weißt du, was halt richtig behindert ist? Wie du mich grad gekillt hast. Habe ich so? Du hast, du hast einfach Dings gemacht. Du hast, du hast ja die Wand abgebaut und ich wollte schießen und du hast, du hättest doch weiter die Wand so geprächtet, aber du hast einfach kurz aufgehört, die kaputt zu machen. Digger, du mit deinem Scheiss weit paul. Ah, Digger! Jetzt mach ich's mal, hä? Fang mich doch, du alter Stock! Oh, fang mich doch, du alter Stock! Fang mich doch, du alter Stock! Oh Gott, nein! Ich verkämpf mich jetzt einfach in der Ecke! Ich seh's! Oh, man kann kaputt machen! Hallo! 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 Ich weiß, man satt mich fest! Fang mich doch, du alter Stock! Fang mich doch! Fang mich doch! Fang mich doch! Fang mich doch! Ich hab' ja noch mal kaputt! Bega da wurde einfach verbunden. Wurde einfach fast bis zu dem Wald! Ich geh nach unten! Ich habe zwei Schüsse auf den Kopf gemacht, einmal mit der Pampus, einmal mit der Aera. Warum? Warum bist du nicht gestorben? Du hast kein Damage genommen. Ja, wahrscheinlich macht es zu viel Schar. Fünf zu, wie viel? Mein Damage? Wie viel Kills? Zwei, wie viel du? Wie viele Kills hast du? Zwei. Ich habe keinen. Ja, du hast doch. Ey, du kannst, du kann, wir können fein auf Pfeil. Oh! Nein, wie viel AP hast du? Fünf. Ohohoho. Okay, kein neues Spiel. Starten, wir gehen zu Creative Server. Okay. Okay. Ähm, nächste Map nämlich. Creative, ähm, wir gehen jetzt. Ich habe es. Sky Snipes, wir machen jetzt noch die. Okay? Sky Snipes. Ich weiß nicht, wie das geht. Es geht noch kurz in meine Welt. Was ist das? Ach so. Sag aber, wieso geht die Welt nicht? Geht bei dir zu Block 1? Ey, Sky Snipes ist nicht so cool. Wir spielen jetzt auf... Ja, bei mir geht der Block. Komm, wir gehen auf mein... Also, komm mal auf meine Map. Komm mal auf meine Map. Ich will noch kurz etwas schauen. Wer ist das denn jetzt? Ähm, vielleicht. Ey, wir machen aber gerade ein Video. Das kannst du doch dann nachgucken. Okay. Dann wird in deine Welt. Ja. In meine Welt machen wir, äh, kalt. Aber es geht, ähm, ja, komm mal rein. Es geht erst los, ähm, weil, ich hab ja diese Kammern, ähm, noch nicht auch richtig aufgebaut. Ja. Hä? Weil, weil, mein Spitzhacker geht nicht. Jetzt. Äh. Wir können uns damage geben. Nein, warte. Wir starten direkt mal Spiel. Bist du Team 2? Ja. Du kannst mir Schaden geben. Okay. Warte. Warum kann... Achso. Hier, meine Insel. Wir starten Spiel, aber der Loot ist in der einen Kammer noch nicht richtig, okay? Also, wir müssen beide in die große Kammer gehen, wo... Ey, mach mit Schild. Mit Schild. Ja, warte. Na, lass nach der Runde. Hab mal noch nen Flüchtmulli. Ja. Warte, ich komm rüber zu dir, weil auf meiner... Ich schau, geht das, mein Schnurr, fünf Minuten. Mach doch so, ähm... Nein, egal, weil wir... ...schälen noch eine fünfte... ...woll ja mehrere Sachen ausprobieren. Warte, ich hol mir kurz einen geilen Loot für mich. Mir reicht's gar vom Nebel. Ich weiß, ähm, ich hab noch keine Debel, deswegen... So, jetzt hab ich auch alles. Ich hab alles. Geht los. Bist du da drüben? Gut. Let's go. Leute, hier kann man euch richtig hochbauen. Aber das hat ne halbe Stunde gebaut, diese Wände und die Decke hochzuziehen. Man kann sich ja an der Wand festbauen, ne? Ja, wow. Wenn du... Komm runter, wenn du in der Wand bist. Ich... Was? Ja, okay. Okay. Du hast mich gut gebaut. Oh man, warum hab ich immer noch mit Mut, ähm... Dings. Man kann halt meine Insel grad nicht einstellen, ne? Okay. Nächste Runde. Ich hol mir jetzt einfach kurz den erstbesten Loot und komm wieder... Ich hab zwar keine Diesel oder Strap oder ähnliches. Hey, guck mal an, wie rot das hier ist. Guck dir mal die Web an. Man sieht fast gar nichts. Okay. Ohne Rocket. Ich hab keine Skar, Alter. Ohne Rocket Launcher. Ja, okay. Ich hab nur ne Shotgun. Weil, ähm... Das ist... Kann man maximal mit 8 Leuten spielen. Das ist noch nicht ganz fertig. Es ist voll rot hier auf der Map. Und das Leckler auch übel ist irgendwie. Ja, warte. Ich beende kurz. Spiele einfach mal. Lass nochmal neu starten. Weißt du warum? Ja, du hast gewonnen. Wegen dem Loot. Ich hab, ähm... Dings nicht eingestellt. Hier, meine Insel. Bitte warte. Okay. Dann warte ich. Oh. Oh Gott. Was ist denn das? Muss laden. Leute, ihr seht's ja. Ja, das ist ganz schön gut geworden. Find ich. Oh Mann. Wie lang braucht das bitte zum Laden? Oh, jetzt hab ich... Bin ich besser geworden? Hat du nicht? Ja, schon. Aber hier nix werfen von irgendwelchen Sachen. Okay? Warte. Ich muss kurz hier gucken. Spawnflächen, letzter Überlebender aus. Ähm, Startschilde. Haarvolle Schilde. Und einen Spitzhackenschaden. Standard an beim Aus. Okay. Nein, doch. Mach mit einem Schlag, ähm, Dings kaputt. Gebäude. Warum? Nein, das ist dann... Warte, ich komm kurz rüber zu dir wegen besserem Loot. Weil bei mir ist halt gar nix von Loot her. Also, ähm, nur Shotguns und Rocket Launchers. Das ist ja auch das... Auf der Map kann man auch hohexplosiv spielen. Das ist halt... Das ist halt... Der Unterschied. Ähm... Das da... Das da... Das da... Das da... Und das hier. Wo ist der Diekla? Die wir hier. Okay. Oh mein Gott. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr? Hey, guck. Warte kurz. Kannst du das? Kannst du das? Guck. Nö. Ich kann nicht so schnell... So, Pyramide. Pyramide und... Ich kann das nicht. Ich kann... Weil das ist... Das ist, ähm, Dings, weil... Ähm, es gibt ja diesen Edit Bug, also dass man nix bauen kann. Das bei mir eh macht. Deswegen fehlt... Bei mir leckt es immer... Was? Bei mir leckt das ganze Spiel gerade. Ihr seht meines Zuschauers. Ähm, sehen es ja. Alter. Ihr Leute, ihr seht's ja. Wenn ich was bauen will... Dank B kann ich nicht schnell durchbauen. Für Bode, Wand, Treppe. Baut mein Spiel zu langsam. Und ich spiel schon auf so ner hohen Entzündlichkeit. Bei mir leckt es übelst. Leckt es bei dir auch so? Vorhin. Alter. Was leckt es? Warum leckt es so? Warum hast du Schild? Achso, wir haben beide Schild. Daneben. Hast du auch ne Sniper? Save. Save. Ich wollte rein. Geil. Ich liebe dieses Sniper. Warte, ich versuch kurz deinen Pyramiden-Trick. Hä? Wenn ich so das editier, dann... Warte, warte, ich will's dir kurz zeigen. Hast du gesehen? Warte. Ich geh kurz runter. Ähm, was machst du jetzt? Lach. Hallo. Ja, du guckst. Nein! Ich will weg. Ey, wie ich losfallen. Ich kann ja beim Crate-Server, ich fühl glaube ich, noch andere Sachen ein. Wie zum Beispiel Luftballons. Ah, Mann. Ich hast dich über deinen Pyramiden hingesetzt. Alter. Ich verbau dich schon locker mehr. Oh, der war close. Wie viele Kipps hast du? Alter. Ich auch. Ey. Mein Game-Lag. Ah! Ich hüpfe über die Pyramiden, wo ich dich überbaue, führe. Sagst du was? Wer wäre ja der beste Salter? Ich sehe ja was. Werke es aber, wer hier so gut ist, ne? Der Schwitze. Der wahre Schwitze. Die... Wenn du das so gut mitgekommen hast. Vielleicht ist der hier... Ah! Ah, also wenn's der getroffen ist... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, nein! 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 Okay! Alter! Nicht hacken! Okay! Lass noch eine Runde und dann beenden wir das Video, okay? Ich hab... Alter macht das Spaß, ne? Mach auf 10 Minuten. Nein, nicht auf 10. Warte, ich mach hier... Nein, es gibt nur 5, sorry. Wir lassen einfach auf 5, okay. Warte, ich starte kurz das Spiel. Leute, ich hab noch nie was gesehen, so ein Spiel, was so viel Spaß gemacht hat. Warte, ich komm wieder rüber zu dir, um mir Waffen zu holen, okay? Nein! Ey Leute, vielleicht... Wie kann man das eigentlich bei Fortnite machen mit Code? Ja Phil, weißt du wie das geht? Dass man die Map öffentlich machen kann. Nein! Hoffentlich wird es bald auch für öffentlich gemacht und irgendwann irgendwer erzählt es. Weil Leute, dann könnt... Dann könnt ihr diese Map sehen... Aber ich geh weg. Was? Ich geh weg. Was? Ich geh weg. Okay. Ja, okay. Ich geh auf einen anderen Spawnpunkt, okay? Warte. Nein, geht los. Da hängt leider das automatisch an. Und der trifft mich nicht. Leute, man kann hier überall... Und wenn man... Wenn man so ein Spiel macht... Ne? Man sagt so... Ja, only Sniper, dann kann ich euch gerne... Also wenn ihr... Ähm, wenn das irgendwann mal mit Code... Das ist öffentlich... Dann werd ich natürlich hier auch... Ähm, verschiedene Kammern noch mehr... Also mehr kann man machen... Wo auch alle Waffen drin sind... Wie auch auf der neuere Wolf... Weil... Ist hier jetzt auch noch nicht... Äh, hab ich hier auch noch nicht. Der ist... Obwohl der golden ist. Ich hab noch nicht alle goldenen Waffen hier. Und Jagdgewehre hab ich... Ich hasse das ja nicht... Und weil es nicht geht. Ähm... Und natürlich werd ich hier auch noch Jagdgewehre einfügen. Haha. Ja, gucken wir etwas... Haha. Ohhhh... Quicks go! Haha! Haha! Oh Gott! Es ist schon klar... Dass ich mir da... Du wirst sie in den Hightfall holt. Ohhhh... 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 Ich guck jetzt... Oh, ich bin am maximaler Höhe, ne? Oh, warum... Es leckt... Ich kann mich gar nicht richtig bewegen. Ich kann nicht machen, ne? Ich kann nicht machen, ne? Ich komm... Hast du es gesehen? Ich komm mich nicht bewegen. Also leuchtet... Also leuchtet natürlich... Kann ich mich bewegen... Das ist aber nicht richtig. Bei mir ruckelt... Ruckelt der Server bei dir auch so? Nein... Ehre... Genommen. Ehre... Genommen. Ich kann dieses mit den Pyramiden halt nicht. Bei mir geht gar nicht die Pyramide oben drüber. Wie kann... Wie machst du das? Erfahrung... Aus Season 3... Ja, ich hab auch Erfahrung... Seit Season 3, Alter. Ich hab ihn nicht. Aber ich kann das trotzdem nicht. Aber ich kann auch Fortnite... Das... 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 Leut, ihr habt's gesehen. Der war drauf. Wir können auf Zeitlupe machen. Whoa, ey. Oh nein! Ey, der eine Schuss hat aber... Das war ein Headshot bei dir. Ja, ich hab bei dir dein Headshot gemacht. Ey, aber ja, für wirklich. Du kannst... Guck dir das Video an. Ich sag dir, guck dir das Video an. Und dann siehst du das... bei mir leckt weil ich kann gar nicht richtig warum jedes mal wenn ich was das war gut was und dann bänden wir das video okay jetzt vielleicht jetzt ein bisschen längeres video aber entscheidet nicht auf das so lustig ich check das halte ich hier an so editieren kann wie du ich mache ich drücke genau die gleiche taste wie du und bei mir geht es nicht weil man ist immer auf l3 mit dem daumen ja schon aber wie kannst du so im laut läuft ja und bearbeitest dabei die treppe gleich los das spiel hat schon beendet ja kill mich wir müssen uns Das ist falsch, ich sterbe durch Fallschaden. Nein. Komm! Wo bist du? Bis vorn. Bist du in der Halle? Ja, ich komme auch, lass Waffen nehmen. Warum ist hier schon was gebaut? Ey, ich habe keine... Damit du cool live hast. Was hast du? Damit du cool live hast. Und damit das bei den Kills unentschieden ist. Ey, jetzt nicht. Lass es. Wolle, wolle, wolle. Wolle. Oaah! Immer noch nichts. Niegel. Ey! Eingelaufen. Wolle, wolle, wolle. Oh mein Gott! Lass es doch! Hey Lars, ich nehm grad auf! Kannst den Scheiß nach der Aufnahme machen. Mich musste ich noch einmal killen. Ich komm tryhard-risch rein. Oh, alle! Digabitch! Digabitch! Oh, alle! Wie viele Kills hast du? Ich weiß nicht. Ey, können wir jetzt mal gescheit anfangen? Wir haben nur noch zwei Minuten und wir müssen das Video gescheit machen. Nein, nicht so gescheit, ich will jetzt ne Waffe haben. Ich hab doch gar keine Waffe! Jetzt muss ich das Video nochmal machen. Ja! Oh, alle! Oh, alle! Oh, alle! Dö, 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 dö. Halt! Halt! Ich sag dich, ich kill dich jetzt! Ja, mach! Ich hab den besten Loot! Du auch! Und das mich eingebaut! Lass mich in Ruhe! Du machst hier Massenvergewaltigung! Hey, du Loot! Oh, fuck! Warum ich kann nicht bauen? Ich kann nix bauen, Alter! Ruckelt das Spiel bei dir auch so? Nein! Ich kann meine... Ich platziere gerne gerade Wände und aus denen werden... ...nach dem Bauch... ...schrägen. Oh, jetzt bin ich an der Decke, jetzt bin ich so... Gewonnen! 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 Okay. Leute! Haut rein! Lasst einen Daumen nach oben da! Ähm, abonniert meinen Kanal! Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen weiteren Video mal verpasst! Ähm, viel Spaß! Ähm, bis zur nächsten Folge! Ciao, ciao! Leute! bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.